so patch noch mal zwei diamanten jetzt wäre es natürlich geil wenn ich hier so 30 hier so 20 und hier so 10 dann werden es auch wieder 60 diamanten insgesamt und dann hätte ich meine meine 400 402 auf jeden fall erreicht sogar mehr und mehr ist immer gut mehr ist gut herr gut 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 ich habe das gesehen der marshmallow wurde fertig und dann ist es hier auch ist hier auch eine sache verschwunden das ist irgendein ich werde es gleich provozieren wenn ich wenn ich daran denke dann werde ich bevor das fertig ist das hier anklicken und dann kann man sehen dass hier eine sache verschwindet weil da der marshmallow auftaucht honig ich denke mal das reicht dann auch erstmal ich pflanze mal direkt noch eine jacara so also jetzt ist es in einer minute fertig ich lasse es kurz offen damit ich das im auge behalten kann damit ich das gut geteimt kriege da muss ich noch gießen da und da also das was wir hier sehen ist omas haus ich klicke jetzt auf die ölfabrik steht hier auch eins dieser dinge verschwindet gleich wenn da der marshmallow auftaucht da sogar hier vorne das so wenn ich dir jetzt aufhebe und dann wieder anklicken dann ist erstmal da der marshmallow weg und da ist auch wieder alles wie es sein sollte so machen wir direkt die nächste runde ok so funktioniert das gut richtig gut davon habe ich zehn davon habe ich gar nichts davon habe ich sechs das heißt hierfür wäre es halt auch wieder schlau eine haze habe ich ja noch also zweimal könnte ich machen dann hätte ich acht dafür brauche ich also mehr thc öl ja naja gut dieser der untere zug den hier den kriege ich in dieser aufnahme nicht frei gespielt und da kommen ja die wirklich komplizierten sachen rein die die lange dauern von daher versuche ich einfach für das ende dieser aufnahme solche sachen produzieren zu können denn davon habe ich ja mehr als genug glas habe ich auch ein bisschen das hier ist auf jeden fall entscheidend weil ich das gar nicht habe ist das hier neun drei zwei acht zehn sieben acht zehn hm 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 v hm die tolle we das. ne Kann ich hier gerade irgendwas gießen? Nein. Ich bin aber sofort wieder hier, vorausgesetzt ich schaff's hier rauszukommen. Das war doch... Das war doch schnell. Falsch. Platsch. Hoffe ich zumindest. Uh. Ja, wie gesagt, da fehlt wieder eine Jakara. Wie sieht's denn aus? Die ist jetzt... Würde ich den Dünger dafür benutzen? Fünf von zwölf. Fünf von zwölf. Naja, da ist ja eigentlich noch Zeit. Bis ich das brauch. Ich könnte sogar noch Butan-Haschöl nachher irgendwie machen. Weil... Also zumindest irgendwie zweimal oder so. Den G13-Haze hab ich ja ausgesät. So ohne... Ohne Kopf und Verstand. Sagt man das so? Ohne Kopf und Verstand? Ne ohne Sinn und Verstand. So... Butter. Dann habe ich am Ende sieben Honig. Aber neun wären besser. Aber ich glaube... Ja, ich habe keine Hindu Kush mehr nachgesät. Das heißt, ich bleib dann dabei. Bei den sieben in dem Fall. Zumindest erst mal. Ach ne doch, ich habe noch ne Hindu Kush. Aha! Da kann ich doch nochmal Honig machen. Okay. Es wurde was verkauft. Alles. Das ist sehr... Schön. Sehr, sehr schön. Gut. Ähm... Wie viel Platz habe ich denn noch? Ach! Genug! Dann schneide ich die ab. Zack! Und dann brauche ich glaube ich auch noch ne Hindu Kush für nochmal Honig. Äh ne 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 Sour Diesel. Ja. Zack! Wir haben eine reuseheonde. Ich bin fertig.